Alessandro Nesta ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler und aktuell Trainer. Seit dem 1. September 2015 ist er Trainer des US-amerikanischen Zweitligisten Miami FC. Karriere Alessandro Nesta wuchs im südlichen römischen Vorort Cinecetta auf. Sein neun Jahre älterer Bruder Giuseppe spielte zwei Jahre bei Milan, wenn auch nicht so erfolgreich wie sein Bruder. Seit seiner Jugend spielte Nesta für den römischen Fußballverein Lazio Rom. Sein Vater bestand darauf, dass sein Sohn nicht für den Stadtrivalen Ass Rom spielte. Obwohl dessen Talentscouts der Familie ein verlockendes Angebot machten, denn die ganze Familie waren Lazelli-Anhänger Lazio Roms. Unter Lazios Trainer Dinuzov gab Nesta sein Serie A-Debüt gegen Udinese Calciko im Jahr 1994. Seine Bedeutung für das Team nahm stetig zu, sodass er in der Saison 1997 98. zum Mannschaftskapitän ernannt wurde. Nesta bestritt 193 Spiele in der Serie A für Lazio. Ab der Saison 2002-03 spielte Nesta für den AC Mailand und bildete bis zu dessen Karriereende mit Paolo Maldini die Innenverteidigung. Im Juli 2012 wechselte Nesta zu Montreal Impact in die nordamerikanische MLS. In der Nationalmannschaft bildete er mit Fabio Cannavaro bzw. beim AC Mailand mit Paolo Maldini und Thiago Silva eine der besten Innenverteidiger-Duos der Welt. Bei der U21-EM 1996 gewann Nesta mit der von Cesare Maldini trainierten italienischen Auswahl den Titel und wurde zum besten Verteidiger des Turniers gekürt. Es folgte kurz darauf seine Teilnahme an der EM in England, diesmal mit der A-Nationalmannschaft. Nesta, der bis dato noch kein A-Länder-Spiel absolviert hatte, wurde von Ari Gosaki in den EM-Kader berufen. Kam aber im Turnier nicht zum Einsatz. Am 5. Oktober 1996 debütierte er schließlich unter Cesare Maldini gegen Moldawien. 1998 nahm Alessandro Nesta mit Italien an der WM in Frankreich teil. Dort erlitt er im dritten Vorrundenspiel gegen Österreich einen Kreuzbandriss und fiel anschließend monatelang aus. Es folgte die Teilnahme an der EM 2000, wo er ins UEFA All-Star-Team berufen wurde und Vize-Europameister wurde. Auch bei der WM 2002 und der EM 2004 stand Nesta im Aufgebot. Bei der WM 2006 in Deutschland verletzte sich Nesta nach starken Leistungen im dritten Vorrundenspiel gegen Tschechien und wurde bis zum Finale nicht wieder fit. Der Gewinn der Weltmeisterschaft stellt seinen größten Erfolg mit der Nationalmannschaft dar. Anfang August 2007 nur zwei Wochen nach dem Rücktritt von Francesco Totti gab auch Nesta bekannt, nicht mehr für die Squadra Asura auflaufen zu wollen. Als Gründe gab er die Doppelbelastung von Vereins- und Länderspielen an, jedoch wurde spekuliert, dass Streitigkeiten zwischen ihm und Nationaltrainer Roberto Donadoni die wahren Gründe für seinen Rücktritt waren. Der am 11. Oktober 2006 erspielte 3 zu 1 Sieg gegen Georgien war somit das letzte Länderspiel Nestas. Erfolge In der Nationalmannschaft U21 Europameister Vize-Europameister Weltmeister 2006 Lazio-Rom-Europapokal der Pokalsieger Coppa Italia Italienische Meisterschaft Supercoppa Italiana UEFA Supercup 1999 AC Mailand UEFA Champions League Coppa Italia Italienische Meisterschaft Supercoppa Italiana UEFA Supercup FIFA Club Weltmeisterschaft Nachwuchsspieler des Jahres in der Serie A Bester Verteidiger der Serie A UEFA Team of the Year FIFA Pro World XI Was für die escaping 來 pogشsspieler des Jahres in der Serie A Ow blah USE podcasts pressed rios unto Using интерес iP ervice